Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Hochbeete sind momentan sehr gefragt. Viele Menschen möchten sich wieder mehr damit auseinandersetzen, wo ihre Nahrung herkommt oder sich einfach an selbst angebautem Gemüse erfreuen. Heute wollen wir euch zeigen, wie man ein massives Hochbeet aus Holzbohlen baut, befüllt und bepflanzt. Viel Spaß beim Schauen. Zunächst müssen ein paar Vorarbeiten gemacht werden. Das massive Hochbeet braucht einen sicheren Standort. Dafür haben wir uns zunächst Borde und Platten gelegt, auf denen das Hochbeet später steht. Zudem sollen die Platten als Gehweg um das Hochbeet herum dienen. Unser Hochbeet soll die Maße 1 x 1 x 2,50 Meter haben. Was braucht ihr alles zum Bauen eines massiven Hochbeets? Ihr braucht Holzbohlen, Unterkonstruktionsholz, Schrauben, wir brauchen 6 x 80 Millimeter, einen Bohrer, einen Akkuschrauber, Schraubzwingen, Noppenfolie, Drahtgitter sowie einen Tacker für Holz. Unsere Holzbohlen sind aus Fichte und werden zunächst auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Allgemein empfiehlt es sich, ein möglich witterungsbeständiges Holz zu nehmen, beispielsweise Lerche. Man kann das Hochbeet zusätzlich aber auch mit einem entsprechenden Lack oder Lasur vor Witterung schützen. Los geht's! Legt für die erste Längsseite des Hochbeetes die Bohle auf Standböcke. Achtet darauf, dass die Bohlen bündig sind. Nun fixiert ihr die Bohlen mithilfe von Schraubzwingen miteinander. Dann werden Unterkonstruktionshölzer an den Seiten und in der Mitte ebenfalls mit Schraubzwingen festgemacht. Sie dienen dazu, dass die einzelnen Bohlenbretter verbunden werden. Bohrtet dann mit dem Bohrer Löcher vor. Anschließend können die Schrauben mithilfe eines Akkuschraubers hineingeschraubt werden. So verfahrt ihr auch mit den nächsten Hochbeetseiten. Zum Verschrauben der einzelnen Hochbeetseiten werden zunächst die beiden Längsseiten mit dem noch verbliebenen Bohlen verbunden. Zum Schluss wird dann die letzte Seite angeschraubt. Damit von unten später keine Wühlmäuse, Ratten oder ähnliche Nage an das Hochbeet gelangen, empfiehlt es sich, einen Gitterdraht anzubringen. Mithilfe eines Tackers ist dieses recht schnell gemacht. Damit das Holz geschützt wird und aufgrund des späteren Hochbeetinhalts nicht verrottet, wird Noppenfolie entlang der Innenwände ausgelegt und festgetackert. Damit wäre der Aufbau schon einmal geschafft. Nun geht es ans Befüllen. Angefangen bei groben und feinen Geäst kommen dann noch Holz, Häcksel, Rasen, Soden, grober Kompost, Pferdemist, Komposterde und anschließend Pflanzerde hinzu. Zum Thema Hochbeetbefüllen haben wir auch noch ein separates ausführlicheres Video erstellt. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das Hochbeet haben wir ein paar Tage ruhen lassen, bevor wir mit der Aussaat und Pflanzung begonnen haben. In unserem Hochbeet kommen Kohlrabipflanzen, Möhren sowie Lauchzwiebeln, Spinat und Feldsalat. Auch eine Zucchini wird gepflanzt. Die Paprikapflanzen kommen dann zu einem späteren Zeitpunkt in das Hochbeet, da sie recht frostempfindlich sind. Nun heißt es warten und hoffen, dass die Saat keimt und die kleinen Pflanzen gut anwachsen. Regelmäßiges Gießen ist nun Pflicht. Wir werden euch in den kommenden Wochen ein hoffentlich erfreuliches Update geben. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir haben auch bereits ein Hochbeet aus Paletten gebaut. Den Link zum Video findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch in unserem Magazin unter www.gartenzeile.de. Bis zum nächsten Mal.